Wir von Klimamitbestimmung jetzt sind überzeugt, dass wir in Deutschland mehr Mitbestimmung in der Klimapolitik brauchen. Denn komplexe Probleme wie der Klimawandel lassen sich nicht mit einem Kreuzchen auf einem Wahlzettel beantworten. Wir müssen einen Weg finden, dafür Lösungen und Kompromisse zu erarbeiten, die auf der einen Seite die Breite an Meinungen in unserem Land, aber auf der anderen Seite auch die wissenschaftlichen Erkenntnisse berücksichtigt. Bürgerräte in Irland, Frankreich und England haben bereits gezeigt, dass eigentlich jeder und jede von uns gemeinsam mit anderen gute Politik machen kann. Es kommt nur auf den richtigen Rahmen an. Immer mehr Menschen verlieren das Vertrauen in die Demokratie und unser politisches System. Wir müssen daher ganz dringend einen Weg finden, sodass Bürgerinnen und Bürger wieder das Gefühl haben, ernst genommen zu werden in ihren Interessen und auch tatsächlich mitwirken zu können am politischen Prozess. Kurz gesagt heißt das, wir brauchen mehr Demokratie für guten Klimaschutz. Und deshalb fordern wir jetzt einen Nationalen Bürgerrat für Klimapolitik in Deutschland.